Zeit zu gehen. Hände. Sehr geehrte Exzellenzen, meine Damen und Herren, vor weniger als 48 Stunden verloren tapfere Frauen und Männer ihr Leben an genau diesem Ort, an dem ich jetzt stehe. Und ich glaube, wir sind es Ihnen schuldig, über etwas zu sprechen, das allzu oft vermieden wird. Die Wahrheit. Manchmal wäre es uns lieber, die Dinge wären einfacher, als sie es sind. Aber die schmerzhafte Wahrheit ist, wir sind komplexe Wesen. Skye. Wenn ich dich jemals wiedersehe, töte ich dich. Und wir müssen uns gemeinsam einer wichtigen Tatsache stellen, dass es einen Unterschied zwischen S.H.I.E.L.D. und Hydra gibt. Eine dieser Organisationen wollte uns schützen, die andere uns unterwerfen. Wir haben Beckers an der Grenze erwischt. Wie viele haben Sie verloren? Sechs. Es ist niemals leicht, wenn gute Soldaten sterben. Und ebenso wie Gut und Böse bei S.H.I.E.L.D. nebeneinander existierten, existierten sie auch in meiner Familie. Anfänglich wollte ich aus Scham diese Wahrheit vor der Welt verheimlichen. Mein jüngerer Bruder Grand Ward war ein Mitglied von Hydra. Er war ein Verräter. Er hat seine Freunde, seine Familie und sein Land verraten. Behalten Sie ihn jeden Moment im Auge. Verstanden? Sagen Sie, Skye, das ändert nichts. Ich halte mein Versprechen. Wenn das Böse einem besonders nahe steht, muss man es mit besonders fester Hand herausschneiden. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass mein Bruder für seine Verbrechen gerade stehen wird. Aber wie so oft ist auch jetzt die Dunkelheit hartnäckiger als das Licht. Und jetzt, da S.H.I.E.L.D. nicht mehr existiert, ist Hydra eine Gefahr, der sich die Welt alleine stellen muss. Denn sonst wird diese Dunkelheit gedeihen und sich verbreiten und uns alle überschatten.